Haben sie gut gelöst. Natürlich muss der Antrick noch viel, viel schneller nach vorne getragen werden. Aber man kann sich da ein, zwei Passstationen sparen, wenn man die rechte Seite früher mit eingebunden hätte. Das ist eigentlich schön gespielt von Kaminski raus auf Bünke. Und wieder ist Agnes Schwarz da. Sie hat mal richtig warm geworfen inzwischen. Schrittfehler. Und jetzt der schnelle Konter und Jude Dreefs. Jude Dreefs auch mit, Zweitspielrecht von der TSG Wismar gehört auch zum Zweitliga-Kader mit dazu. Und er sollte dann auch so einen Spielerinnen endlich mal den Ball von da aus treffen. Die Meter von hinten nachgeschlagen, gibt jetzt noch eine gelbe Karte. Später im Verlauf einfach auch zwei Minuten. Ja, Jana Martin mit der gelben Karte. Und an den 7-Meter-Punkt tritt nun Madeleine Hanselmann. Bisher erfolgreichste Balltreffer-Schützen beim Berliner TSC. Scheitert jetzt am 7-Meter. Und damit haben wir zwei 7-Meter gesehen. Und noch kein Tor heraus. Übt man sowas im Training? Also wirklich? Ja. Ganz einfach, ja. Steffi Bünkel verkürzt jetzt auf 5-6. Und es tritt tatsächlich das ein, was du sagst. Hier in Mecklenburg kommt ran. Und wieder Schritte. Abgeführung, es gibt natürlich Freiburg für den Mecklenburger SV. Wobei so eine Entscheidung auch grenzwertig ist mit einem Freiburg. Da kann man auch schon mal ein 7-Meter hinterher geben. Weil die Gegenspielerinnen dort auch Richtung Hals gegangen ist. Ist sicherlich zu der frühen Phase noch nicht so unbedingt notwendig. Aber wenn die Schiedsrichter sowas länger durchgehen lassen, dann werden sie es schwer haben, das im Laufe der Spiele in den Griff zu bekommen. Sieht man da, wie Kaminski die Spiele dann richtig rausdrückt. Helena Klaus. Und jetzt haben wir Mecklenburg hier die Möglichkeit, das erste Mal seit dem 0-0 wieder auszugleichen. Das, was Kaminski da gemacht hat, das ist nicht unbedingt zum Nachteil für Berlin. Wenn man das richtig spielt, das heißt also, wenn die Halbposition hinterläuft, in die Lücke läuft, dann hat sie viel Platz. Dann kommt die Außenspielerin zur Hilfe. Und dann hat spätestens die Außenspielerin eben halt die Möglichkeit, relativ frei zum Wurf zu kommen. Kaminski scheitert jetzt am Block und an der Teuterin. Und da hat Jude Drews aber richtig gehend geschlafen. Gegen Lena Klaus. Und das führt zum 7-Meter. Für den Berliner TSC. Ja, da haben sie wirklich eine Abwehr. Man hat sich ja relativ lange Zeit gelassen, den Ball nach vorne zu tragen. Die Spielerin hat hinten erst geguckt, ob vorne jemand frei ist. Hat den ersten Pass gespielt. Die andere hat dann die freie Spielerin gesucht und auch gefunden. Und hat dann den Ball nach vorne gespielt. Aber so was muss natürlich vernünftig verteidigt werden. Jetzt haben wir auch den ersten 7-Meter drin. Torstüttchen Nummer 18. Theresa Loll. 7 zu 5 für den Berliner TSC. Jetzt sieht man auch, dass der Dorf Mecklenburg hinten in der Abwehr noch ein Stück weit zu passiv arbeitet. Wenig Ballarbeit, wenig Kommunikation. Man hat ja auch gesehen, wie träge eigentlich auch das von Kaminski hier rausgeschoben wurde. Auf der anderen Seite. Wenn sie da noch ein Stück weit drauf passen, dann kriegen sie auch die Ballgewinne und können dann eben auch schnell den Konter spielen. Sie haben die ein oder andere schnelle Sprünge und dann mit bei. Ja, Anja Ehrenberg eben noch mit der gelben Karte. Das wollen wir kurz nachreichen. Jetzt rücken gut raus. Jetzt die Berlinerinnen auf die Halbpositionen. Haben wir eben gesehen. Erst hier auf Judith Dreefs und dann auf Annika Kaminski. Ja, damit bringen sie die gegnerische Mannschaft, also Dorf Mecklenburg in diesem Fall, natürlich in arge Bedrängnis. Jetzt passives Spiel, weil ihnen nämlich nicht viel dazu einfällt. Sie arbeiten gut raus. Jetzt eben der Doppeldribbling noch mit angezeigt. Ball weggeschlagen. Zwei Minuten. Ja, zwei Minuten gegen die Mecklenburger SV. Jana Maarten hatte schon gelb. Hatte schon die gelbe Karte gesehen und jetzt wahrscheinlich wegen Reklamierens. Nee, Ball weggeschlagen. Und das hätte sie auch ohne gelbe Karte gleich mal zwei Minuten viel bekommen können. Das ist unsportlich, muss man nicht sein. Nein, aber Berlin spielt auch keine schnelle, aggressive Abwehr, aber sie treten in den richtigen Zeitpunkt raus. Sie machen es wirklich da auf Mecklenburg relativ schwer, zu den Torerfolgen zu kommen. Man hat sich schnell darauf einstellen können, aufs Kreiswerferspiel, dass das viel mit den Halbpositionen gearbeitet wird. Tritt rechtzeitig heraus, macht die und er bindet eben halt dieses frühzeitige Anspiel. Und da ist die Lücke da und es gibt 90 Meter. Zeit ist angehalten. Weil eben Theresa Loll extra für diesen 7 Meter jetzt aufs Feld kommt, ähnlich wie bei dir, Anna Linke, direkt zum 7 Meter. Und auch hier erfolgreich. Ja, ist aber so, dass die Schiedsrichter ja nicht zwingend bei der Auswechslung die Zeit anhalten müssen. Es ist jetzt aber so, dass der Ball relativ weit noch weg lag, also die, die ihn auch noch erst holen musste. Schiedsrichter sind dazu angehalten, bei der Auswechslung des Torhüters die Zeit anzuhalten, beim Feldspieler nicht zwingend. Jetzt haben sie es das zweite Mal gemacht. Ich denke, das werden sie auch beibehalten. Auch hier jetzt, wie man sieht, hinten klare Zuordnung für den Kreisläufer. Richtiges Reinarbeiten. Jetzt reibt sich auch so langsam auf. Unsere Mitspielerinnen, also die Grün-Weißen, haben ja auch gesagt, dass sie auch dann versucht, nicklich zu arbeiten. Es gefällt mir momentan gut, wie die Kreisläuferarbeit da beim Berlin-Lehrer TSC gearbeitet wird, wie das verändert wird. Man sieht auch da, dass rechtzeitig raus treten, der Nummer 9. Und jetzt gibt es trotzdem den 7 Meter und die gelbe Karte gegen Lena Klaus. Alleine ist die, Katrin Feld, auch schwer zu halten. Ja, muss die Abwehr nur ein bisschen früher anfangen, dann wird sie auch nicht reingedrückt in den Kreis. Und da ergibt sich dennoch nicht die Möglichkeit, dann gibt es einen Freibund. Das ist gut. Jana Duschauer jetzt hier mit dem 6 zu 8. Ja, das war der zweite 7 Meter für den Mecklenburger SV und dann haben sie auch ihr 7 Meter Tor. Und jetzt etwas hast du dich abgeschlossen bei den Berlinerinnen. Und damit wieder Ball besitzt für den Mecklenburger SV. Ja, sie waren noch ein Überzahlverhältnis, eigentlich unnötig, zu früh abzuschließen. Dann sucht man auch die 10, 15 Sekunden, die sie noch in Überzahl spielen, auch wenn es nachher Gleichzahl ist, einfach auszuspielen, das Spiel verbreit zu halten und nicht eben halt jetzt über die Mitte abzuschließen. So. So, so wie sie es jetzt machen. Ich wollte aber auf was anderes hinaus. Ich freue mich jetzt, dass die Nummer 14, Julia Lembke, beim Berliner TSC kommt. Im Spitznamen auch Pumba genannt, bekannte von uns auch in Schwerin eben halt bei einigen Leuten mitbekannt. Freut mich. Ja, dann können wir ja mal drauf schauen, wie sie sich macht in diesem Spiel. Momentan läuft es ja gut für ihre Mannschaft. Sie führen hier mit 8 zu 6. Und da steigt sie gleich hoch, aber der Ball war drüber. Ja, da hat man auch gemerkt, dass ihr ein bisschen was fehlt oder das Ballgefühl noch nicht da ist. Abwehr, Angriff wechsel wird da gemacht. Also, sie hat letztes Jahr, letzte Saison noch angefangen in der ersten Mannschaft zu spielen. Und da sieht man, dass da auch das Kaugel wie Blue Gear rausgeholt wird. Ob man das Haftmittel nimmt oder es bleiben lässt, ich glaube, kommt aufs Gleiche hinaus. Nein, also hat letztes Jahr noch angefangen in der ersten Mannschaft in der Regionalliga mitzuspielen, hat sich dann aber erst mal zurückgezogen, hat sich versucht, den Spaß zurückzuholen. Ja, das war nicht konsequent gespielt. Diana Dürcher heute die Möglichkeit, da durch die Lücke zu stoßen, hat aber noch das Außenspiel gemacht. Judith Raves? Ja, einfacher wäre gewesen, sie geht durch. Jetzt muss Berlin einfach ruhiger werden. Die Stancen besser nutzen, sie haben die Möglichkeiten, die Lücken sind da, aber sie müssen es eben halt konsequenter spielen, sie müssen noch mehr auf die Lücke raufstoßen und es einfach suchen. Schritte gewesen, deswegen Freiwurf. also auf beiden Seiten noch mehr, mit noch mehr Tempo, mit noch mehr Druck auf die Lücke und dann wird das Tor auch einfacher fallen. So müssen sie viel, viel dafür arbeiten, vier Stückwerk, viele Einzelaktionen, gut aufgepasst von Berliner TSC. Und Kaminski scheitert erneut an Agnes Schwarz. Ja, der Klopp, der hat sich auch so langsam in den Zahn gezogen. Ich weiß nicht, sie hat jetzt ein oder zwei Tore gemacht. Jani Kaminski mit zwei Treffern, einmal den aus dem Start und einem Sprung. Ja, aber das ist zu wenig für die Spielerin mit der Größe ihrer Gegenspielerin, ist nicht gerade besonders groß. Wenn sie da in der Bewegung gebracht wird, aus einer Kreuzung herausgebracht wird, hat sie es relativ einfach, weil da kann sie kaum einer halten. Und auch der wieder zu schnell abgeschlossen und die ermöglichen den Konter für den Mecklenburger SV und den verwandeln sie sicher, Jana Martin, mit ihrem ersten Treffer. Sieben zu acht. Ja, man muss es einfach schaffen. Ja, guck mal, für die am ersten Tor. Da ist sie eigentlich wieder zu schnell abgeschlossen, Julia Lembke. Jetzt hat sie drei Versuche gehabt, aber alle guten Dinge sind drei. Jetzt das Tor sieben zu neun. Na ja, die Lücke war ja da und hat jetzt auch nach unten geworfen. Man hat jetzt eben halt gesehen, dass alle Bälle, die geworfen wurden, immer drüber geworfen werden. Dann muss man einfach mal das Wurfbild ein bisschen ändern, auf was schwer ist, über den Innenblock dazu kommen. Dann muss man die Bälle nach unten ziehen, dann muss man eben und halt die Kreuzung für die Halbposition nach außen hinweg spielen, dass einfach da der Abschluss gesucht werden kann. Ja, und jetzt haben wir wieder gut gesehen, das Rausrücken der Berlinerinnen, in dem Fall von Anja Ehrenberg gegen Annika Kaminski, denn das Kreisanspiel kam dann nicht mehr an bei Katrin Feld. Und jetzt hat sie aber die Lücke und jetzt in die lange Ecke Annika Kaminski geht zum 8 zu 9. Herrdorf-Mecklenburg versucht jetzt mit zwei Kreisläufern zu arbeiten, wobei das relativ schwer ist. Es ist ja keine reine offensive Deckungsweise, dass sie jetzt 3-2-1-4-2 decken. Sie drücken immer daraus auf die andere Halbposition, dass die Anspielstation wegfällt. Da nimmt man sich trotzdem eine Anspielstation, die Mittelposition ist weg. So baut man sich selber einen hohen Druck auf, schnell zum Abschluss zu kommen oder ein Anspiel zu suchen. Jetzt sehen wir es hier, einfach auch hier wird eine Kreuzung gespielt, Bewegung, Pass, Parallelpass wäre vielleicht noch besser gewesen zum Halbrechten. Dadurch ist ihm halt die Bewegung jetzt ein bisschen abgebrochen gewesen. Nein, aber hinten, man muss einfach auch immer mal wieder mit dem Einläufer arbeiten, schön wieder zweites Tor zum 8 zu 10. Julia Lemke. Ja, das war lieber schön gemacht, hochgestiegen und er starrt so höher als alle anderen und legt ihn dann oben rechts in den Giebel. Viel besser kann man ihn dann nicht mehr werfen. Ja, vielleicht noch mal einen Dreher mit einbauen. Ja, das ist dann wahrscheinlich eher was für später. Erstmal, so sagt man noch als Trainer, erst mal die durchziehen, erst mal die richtigen Würfel. Auszeit von Holger Damlion hat genommen jetzt, denke auch der richtige Zeitpunkt. Berlin kam jetzt eben halb besser ins Spiel mit zwei, drei Rückraumtoren jetzt auch. Jetzt ist wichtig, dass sie sich im Angriff selber vorne wiederfinden, dass sie eben halt nicht nur mit 4-2 spielen, sondern dass sie eben halt auch mal Bewegung ins Spiel mit reinbringen, eine Kreuzung mit einbauen. Einfaches Spiel, ganz einfaches Spiel. Hinten, die Abwehr arbeitet gut von Berliner TSC und auf der anderen Seite muss die andere Abwehr eben halt nochmal ein bisschen aktiver werden, früher heraustreten und wichtig ist jetzt aber auch eben halt bei den Rückraumschützen von Berlin auch mal das Wurfbild zu ändern. Jetzt haben sie zweimal lang geworfen. Gute Torhüter stellen sich darauf ein, wir werden es mal ein bisschen beobachten, mal auch einen kurzen Ball mit einzustreuen oder eben halt auch mal einen Anspiel zum Kreis durchzukommen lassen. Wollen wir mal schauen? Wenn wir mal so ein bisschen vergleichen jetzt die Auszeiten. Wir haben sehen, wir sehen, unsere Zuschauer sehen jetzt den Mecklenburger SV, das wirkt ein wenig, ein klein bisschen komfort, nicht wirklich richtig, aber ein klein bisschen komfort. Auf der anderen Seite haben wir einen richtig konkreten Kreis. Der Trainer, wie ein kleiner Diktator, wie ich das immer sage, wenn du in einem Kreis stehst, und hat auf seine Mädchen eingeredet und da wirkt es doch ein bisschen konfusreicher. Nein, jeder Trainer führt seine Auszeit unterschiedlich, lässt auch mal spielen,